Servus, ich bin Robert Stauber, ich bin der Christoph Fehnert, ich bin der Robert Pechow und ich bin der Johannes Sperer. Und wir lagen euch ein am 9. November ab 15 Uhr zu unserem Open Day. Kommt vorbei in unserer tolle Ausstellung, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen zu unserem Open Day. Schön, dass du das hast. Schaut euch unsere moderne Küchenausstellung an. Kommt gern mit, ich zeige euch unsere geile Küchenfertigung. Und in unserer Kochwerkstatt zaubern wir was Leckeres für euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 . Untertitelung des ZDF, 2020